Ich werde zurück zu arbeiten! Das ist ja lustig! Ich werde zurück zu arbeiten! Ich werde das nicht in die Welt sein! Ich werde es nicht in die Welt sein! Der Schlepp ist das nicht in die Welt! Ich werde es nicht in die Welt sein! Jesus Christ! Das sieht schon geil aus. Alter, die Explosionen sehen dann auch viel geiler aus, ne? Junge, der fläutert nicht so gut rum. Alter, die Explosionen sehen dann viel geiler aus, ne? Falls ihr auf TikTok zuschaut, kommt rüber auf Twitch, dann seht ihr das auch alles. Die ganze Qualität kommt noch nicht mal auf Twitch richtig rüber, also auf gar keinen Fall auf TikTok. Die Explosionen, die sehen schon geil aus. Mal ein bisschen näher ran. Alter, da ist so eine Druckwelle dabei, das ist cool. Jetzt würde mich noch immer interessieren, ob man... ...mit dem auch... ...den auch modden kann, also tunen. Und ob man auch, äh... Wie sieht die innen an sich da aus? Alter... Jo, endlich mal einer, der hier was gespendet hat. Äh, der kann gar keine Dingspanzerten reiben, ey. Die Arme ist'n das. Äh, äh... Schoki-Milk, Alter, haut hier ne Wunderlampe raus. Nice, scheiß. Dann muss ich ja tatsächlich gleich hier mein Spendermikrofon anmachen. Warte mal bitte, Schoki-Milk. Danke dir für deine Unterstützung. Bumster, das tut weg. Junge, der hat noch nicht mal gepanzerte Reifen, ey. Den muss man erst mal kaufen. Ich würde ihm wissen, ob ich damit in das Custom rein kann. Verpiss dich. Schwerer Schaden, Achtung. Ja, kann man glattern mit rein, Alter. Ah. Dann mach ich mal das Spendermikrofon hier, ähm. Das ist ne Waffe da drauf, ja. Das ist der gepanzerte und bewaffnete Ignos. Oh, besten Dank, Schoki-Milk, für deine nice scheiß Wunderlangheit. Ehre mal. Jetzt gucken wir mal, also, hier kann man das ja nicht machen, ne. Ich denke mal nicht. Wollen wir dann mal mit, äh, wir fahren dann mal mit nach, äh, LSK-Meet. Vielleicht kann man dort ja, dort ja die, die Karre auch, äh, Hyopine, Alter. Was ist das? Richard Majestic. Ist das neu? Man könnte so auch viel schneller teleportieren, ne. Ne, teleportieren geht ja nicht. Warte mal. Ne. Also, der Ignos, der bewaffnete Ignos ist schon heftig, ey. Ja, genau. Fahr mir doch eben schön mein Auto rein, ey. Warte mal, da ist ja mal gar kein Licht. Falls ihr auf TikTok zuschaut, kommt rüber auf Twitch. Leute, Link ist in der Bio. Dort sind wir 20 Zuschauer. Und dort habt ihr auch die volle Quali. Dort seht ihr richtig fett. Leider regnet es wieder in GTA. Ich hasse es, ey. Jedes Mal regnet das in GTA. Jetzt verpiss dich. Oder, äh, das ist Nacht, ne. Mal gucken, geht das? Ja. Woher ich komm? Ich komm aus Deutschland. Auf Twitch schreibt keiner. Ich denk mal, weil keiner Sub ist, oder? Nur Subs können auf Twitch schreiben. Weil ich so wenig Subs hab, Leute, muss ich das mal einstellen, dass nur Subs schreiben können. Vielleicht abonniert damit ja mal jemand. Oh, der hat aber einen fetten Sound. Oh, ich bin schon wieder rausgefahren, Mann. Moin, Fabi. 0,5 Cent hab ich bis jetzt gemacht. Eine Stunde gestreamt und 0,5 Cent gemacht. Nice, oder? Läuft, Alter. Das muss ich gleich eintragen. Denn ich hab ein Spendenziel von 499 Euro für Notebook Wings. Das sind extra Bildschirme für ein Notebook. Die kann man da dran machen. Dann kann man die so umdrehen und klappen und so weiter. Und da kann ich alles wieder wegräumen. Dann muss ich das nicht immer dingsen. Ich muss immer alles wegräumen. Ah, hier, man kann sogar da die Verbesserung nehmen. Krass. Oh, hier der Cowboy, Alter, ist am Start. Wollte noch einen schönen Abend finden. Kommen wir heute nicht online. Habe schwere Halsentzündungen. Eventuell bis Donnerstag. Alles klar, du kriegst dann 13 Monate Stufe 3, Alter. Dann kriegst du 30, 39 Millionen Nice-Punkte. Und gute Besserung. Ich hoffe mal, das ist normale Schnatteritis bzw. Halsentzündung. Nicht, äh, Dings, äh. Nicht hier, weiß ja wohl. Und, wie findest du das Auto? Siehst du das? Das ist das neue Auto für Playstation 5. Äh, hier Hot Chili. Siehst du das? Das ist der Ignus mit Waffen, Alter. Ist das geil oder ist das geil, Alter? Den kann man tatsächlich auch noch modden, Alter. Ist das geil. Dann gönnt sich ja sonst nichts. Ne, kein Covid-Appet-Test gemacht. Okay, dann gute Besserung. Und was sagst du zu dem Auto? Zu der Grafik vor allem. Was hältst du von der Grafik, ey? Was ist das? Was stand da? Gegenmaßnahmen. Ah. Okay. Und das ist der neue, äh, Tuner, der heißt HSW, das ist Hajo. Der Hajo-Partei. Hajo-Pai. Hajo-Pai, äh, Tuning-Sachen kann man kaufen. Hmm. Wieso ist das denn alles immer Neon-Gelb? Also, Hotchili ist schon wieder der Gönner. Wohin Deutschland? Äh, Ost-Riesland. Hotchili ist schon wieder Gönner unter dem Herrn, meine Damen und Herren. Der hat schon wieder gerade die dritte Stufe, dritte Stufe Sub rausgehauen, Alter. Hotchili ist einfach der Gönner, der Gönner. Ah, ah, ah. Der Gönner, der Gönner. Press to impress. That is fresh to death. Die haben wir 10.000 oder was kostet das? Alter Schwede! Eigentlich sind die okay, oder? Da hängen Farben, kommt ein Neon-Grün, ist ja auch okay, reifen, die Muster, reifen das Bessere. Der Cowboy schlägt keiner, Hot Chili ist ein Freund, Hot Chili zockt jedes Mal mit, Hot Chili ist Stufe 3 Sub auf meinem Twitch-Account, auf meinem Twitch-Kanal. Hot Chili ist immer am Start, Hot Chili hat schon wieder 10 Euro rausgehauen, Leute. Der spendet sehr oft, obwohl er mein Freund ist, Freunde wisst ihr ja wohl, mit Geld und so hört die Freundschaft auf, aber er spendet trotzdem immer weiter. Dann ist Hot Chili mit, wie sie zu 3 auf meinem MB-Glitching-Kanal, oder Hot Chili? Dann ist Hot Chili, was ist Hot Chili, Alter? Hot Chili ist immer ein Nein-Scheiß-Unterstützer und Gönner, Leute. Hot Chili! Kannst du denn zugucken, Hot Chili? Also guckst du zu, oder gehst du auf? Weil zugucken wäre ja auch geil, dann könnte ich mich hier und da mit dir unterhalten. So, ich muss den Lauftext ändern. Hot Chili hat 10 Euro rausgeballert, Leute. Dann sind wir jetzt bei 67,22 Euro. Warum hast du Christoph Darm besucht? Verstehst du? Bei 67,22 Euro von 499 Euro für meine Notebook-Wings, meine Damen und Herren. Absoluter Ehrenmann, Hot Chili wieder am Start gewesen hier. Dafür gibt es natürlich wieder Money Dance. Ja, das könnte ich gleich wohl in Machen, die Chameleon-Farben abchecken. Äh, Reifenkreis, oder? Fenster. So, jetzt sieht das Ding ja wohl richtig fett aus, oder? Ist jetzt schon wieder nach dem GTA, oder? So, dann bekommt Hot Chili auch noch Skeletor Money Dance, meine Damen und Herren. Mani, 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 Mani. Lecker Mani. Ähm, Papastaschi, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Besten Dank, Hot Chili. Für deine fette, 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 fette Unterstützung. So, wie sieht der Wagen auf? Was sagst du, Hot Chili? Guck mal, was er kann. Er kann... Hä? Kann ich jetzt nicht mehr ballern? Hä, wieso kann ich jetzt nicht mehr ballern? Oder kommt das ganz zuletzt? Da war das, oder? Das Geschütz. Ah, Junge, da musst du ja... Ne, Alter. Nach... Monotoff-Cocktail, oder? Ja. Guck mal. Sieht das geil aus, oder sieht das geil aus? Wie die Dinger da runterfallen, ey. Und die Explosionen, finde ich, sind auch geiler geworden, oder Hot Chili? Guck mal, wenn ein Auto oder so explodiert. Alter, piss dich, du Passant. Wie die Explosionen dann aussehen. Da sieht man richtig so eine Druckwelle dann. Pass mal auf. Da kommt richtig so eine Druckwelle mit dazu, ey. Ich finde das richtig geil aus. Jetzt gucken wir mal, was er hier drauf hat. Der Wagen. Panzerung, hier. Ah, nein. Mann. Ja, lädt mich doch. Alter, 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 ey. Junge, verpiss dich. Hat er die Scheiben? Ja, Junge, dann speedet der ab, ey. Boah. Und tschüss, ihr Loser. Ich bin mal gleich gespannt, wie das in den Rennen aussieht. Und der Dings, hast du den schon gesehen, Hot Chili? Den neuen Maske-Car, soll ich dir den mal zeigen? Ich mach hier gleich mal den Cut, Leute. Da haben jetzt alle Autos geguckt. Und ich werde gleich nochmal mit einem Auto die neuen Chameleon-Designs abchecken. Ich muss eben die Bullen loswerden hier. Guck mal, was um die Bullen loszuwerden. Wir sind jetzt in der Sitzung für Eingeladene, ne? Was auch cool ist, Hot Chili, guck mal. Man kann jetzt neue Dings dann einfach auf Zack. Dann gehen wir noch auf Online. Dann gehen wir unten auf Neue Sitzung finden und Sitzung für Eingeladene. Und dann ist man die Bullen auch los.